Dieser Witz wurde vorgeschlagen von Suggest. Läuft ein Hase durch den Wald. Plötzlich hört er ein Jammern. Ach, ich Ärmster, Hilfe, Hilfe. Er geht ihm nach und findet einen Fuchs, der in einer Grube sitzt. Diese ist aber zu hoch und zu steil, sodass der Fuchs nicht mehr herauskommt. Dieser bettelt nun. Bitte, lieber Hase, hilf mir, ich verspreche auch, euch nichts zu tun. Der Hase denkt sich, ach, hast heute einen sozialen Tag, hilfst ihm halt. Er hängt seinen Schwanz in die Grube. Dieser ist aber zu kurz und der Fuchs kommt nicht ran. Also nimmt der Hase sein Handy und ruft seine Kollegen an. Die kommen vorbei und bilden eine Kette. Hase an Schwanz, Hase an Schwanz, bis unten und der Fuchs kommt raus. Was lehrt uns jetzt diese Geschichte? Je kürzer das Schwänzchen, desto wichtiger das Handy.